Willkommen bei Gewestor täglich, Ihrem digitalen Video-Newsletter. Heute sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen bei Alphabet, dem Mutterunternehmen von Google. Die Aktie verzeichnete heute einen Rückgang um 9% und in der Spitze waren es sogar 9,84%. Ein bedeutender Abschwung, der viele von uns überrascht hat. Vor nur zwei Wochen trennten uns lediglich 9 US-Dollar vom Allzeithoch der Aktie. Heute beträgt der Abstand bereits 24 US-Dollar. Was ist der Grund für diese dramatische Veränderung? Einer der Faktoren, die die Märkte bewegt haben, sind die jüngsten Quartalszahlen von Google. Trotz eines Gewinnanstiegs pro Aktie von 1,55 US-Dollar, was 10 Cent mehr ist als erwartet wurde, gab es einige bedenkliche Aspekte. Die Werbeeinnahmen bei YouTube stiegen um beeindruckende 12%, während die Werbung bei Google-Suchanfragen um 11% zunahm. Doch an der Wall Street sind die Erwartungen oft hoch und in diesem Fall war es das Geschäft mit der Cloud, das hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Umsatz stieg nur um 22,5% im Vergleich zum Vorjahr, was in den Augen einiger Investoren zu wenig war. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass in den ersten beiden Quartalen des Jahres ein Wachstum von jeweils 28% verzeichnet wurde. Der aktuelle Kursrückgang mag beunruhigend wirken. Doch die Quartalszahlen allein rechtfertigen diese starke Reaktion nicht. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktientipps interessiert sind, schauen Sie sich unsere Aktie des Monats an. Den Link dazu finden Sie ganz unten in der Videobeschreibung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Märkte überreagieren. Und eine Übertreibung richtet sich nicht immer nach rationalen Kriterien. Wir könnten möglicherweise noch weitere Kurskorrekturen sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten starken Rückgang erscheint derzeit gering. Dennoch sollten Anleger bedenken, dass ein 9%iger Rückgang Verunsicherung auslösen kann, was zu seitlichen Kursbewegungen führen könnte. Insgesamt hat sich nicht viel verändert. Wir befinden uns immer noch auf dem Niveau von Mitte August. Und die Alphabetaktie verzeichnet seit Jahresbeginn immer noch einen beeindruckenden Anstieg von 41,5%. Ein 9%iger Rückgang mag zwar besorgniserregend sein, aber die anderen Kennzahlen sind stabil und werden wahrscheinlich die Kurse stützen. Die Frage ist nur, welches Unterstützungsniveau in nächster Nähe liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017